Oder? Ja, ja. Still 114, 49 %. Ja, sorry. Wie schaut es denn aus? So ein Leck, ja? Oh, der Kammler hat nämlich gesagt, Klaas, die Airspace. Hast du gerade gehört? Da hinten ist ein Flughafen. Hast du gerade gehört? Ups. Ja, du kannst das hier, ne? Kannst du nicht? Weiß er alles? Ah ja, die gräste, ne? Ja, weiß alles. In der Geografie, in der Mappen steht das. In der Karte. Boah, die stichen da mal, die schmeißen. Mehr schätze schon. Warte, ich muss noch was gucken. Uhrzeit, äh, Timer? 214, 51, warte. Und wir haben jetzt ein längeres Leck vor uns, deswegen müssen wir aufpassen. Timer ist 10, oder? Wo sind wir noch mal jetzt hier? In, äh, Pirona, ne? In, äh, Pirona. In, äh, Pirona. In, äh, Pirona. In, äh, Pirona. Wir haben jetzt ein 245 Kilometer Leck und wir brauchen mindestens 56, 57 Prozent. Mindestens. Vorher können wir nicht los. Und das ist gerechnet, Roberto, das ist gerechnet mit einem 150er Schnitt, ne? Okay. Ja. Das ist schon hart. Aber es wird hier ein bisschen lügelig, ne, mein Freund? Ja, ich weiß. Aber, deswegen, Charter, aber ich mein, der, 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 der Charter ist ja echt nicht schlecht. Der pumpt mit 140 Kilowatt. Ja, Mann, der kümpte. Geografie. Wir machen, du steck das in der Karte. Boah, die stichen da mal, gell, die schmeißen. Mehr schätze schon. Warte, ich muss noch was gucken. Uhrzeit? Äh, Timer? 214, 51, warte. Und wir haben jetzt ein längeres Leck vor uns. Und deswegen müssen wir aufpassen. Timer ist 10. Wo sind wir noch mal jetzt hier? In, äh, Pirona, ne? In, äh, Pirona, ne? In, äh, Pirona, ne? In, äh, Pirona, ne? In, äh, Pirona. Wir haben jetzt ein 245 Kilometer Leck und wir brauchen mindestens 56, 57 Prozent. Mindestens. Vorher können wir nicht los. Und das ist gerechnet, Roberto, das ist gerechnet mit einem 150er Schnitt, ne? Okay. Ja. Es ist schon hart. Aber es wird hier ein bisschen lügelig, ne, mein Freund? Ja, ich weiß. Aber, deswegen, Charter, aber ich mein, der, der, der Charter ist ja echt nicht schlecht. Der pumpt mit 140 Kilowatt Grad. Okay, Mark, da können wir so lange pumpen, wie wir lustig sind, ne? Ja. Bis sie uns hier totgestocken haben, die Schweine. Oh ja, die sticht rein alles, ne? Alter Schwede. Ich bin jetzt schon viel nachgestocken. Ich geh rein, ey. Der Mark ruft dich an. Ja, der soll grad dann drücken weg, weil das geht jetzt grad nicht. Ich muss... Marc, ich bin grad am stoppen. Ich muss dich später anrufen. Ja, in drei Minuten oder fünf oder was, ne? Auf. Wir haben eh keine Chance. Wir müssen bleiben. Wir müssen, wir haben 53 Prozent, egal wie langsam der wird. Wir müssen bleiben. Wir müssen, wenn du sagst, nicht mit 100 Prozent ist die Reserveranwerte. Was ist denn? 140? Sehr gut. Ja, über 60 ist zu hart. Da wird er abfallen ohne Ende. Wir müssen, was brauchen wir? Ja, bei 57 kommt der drauf, wirst du sehen. Aber... Ich würde sagen, mach es noch so. Wir haben noch zwei... In den 57. Da ist ein 20 Prozent Reserve drin. Ach so. Die dürfen halt nicht in den gelben kommen. Dann laden wir langsam mal wieder an. Aber ich würde sagen, wir sollten eher close bleiben. Also, solange der auf 114 bleibt? Ja, genau. Solange bleiben wir. Auf jeden Fall. Ja, genau. Boah, das riecht schon geil, ne? Das Zeug. Kannst du Lücken machen? Boah! Boah! Ich denke. Ey, Junge, das ist aber echt der Hammer. Wir laden jetzt nur 12 Minuten. Für ein 242er Leck. Junge, das ist so richtig krank. Ich höre gut. Alter! Ich hab 55. Ey. Jetzt kommt der 113. Jetzt kommt gleich noch der Drop. Ich weiß, wie ist das auch ein entlaufender Mensch? Top. 112 noch. Wir brauchen auf jeden Fall ein Taxi gleich. Das ist wichtig. Und dann warten wir lieber und fahren langsam auf eins. Weil das ist eine kritische Etappe. Die wird über alles entscheiden. Wenn wir das sauber hinbekommen, haben wir das Ding im Sack. Das ist die letzte große Etappe. Danach haben wir noch eine 232er. Die ist nicht so schön. Da brauchen wir nur 53 oder was. Das ist die kritischste. 111 noch. Ich würde sagen... Weiter, 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 weiter. Bis auf 110 gehen wir, Roberto, okay? 109, okay? Ja, 110. 110. Wir haben 20 Reserve. 110. 110. Wir machen das bis 58, okay? Dann ist Schluss. 106. Haben wir einmal 59 gehabt. 59, Roberto, okay? Deal. Wenn der noch auf 110 ist, machen wir weiter. Ja, von mir aus. 110 halten wir, okay? Sobald der unter 110 geht, ist entweder bei 59 Schluss oder bei 109, okay? Ja, genau. Ja, jetzt sind wir schon 109. Ich mach den sofort raus. Ja, ich mach den sofort raus. Müsste reichen, ne? 108 schon. Auf geht's, Roberto. 3, 2, 1, du. 14, 22, 45. Okay, Leute. Zusammenpacken.